Hey Mystic von TAR Gaming wieder zurück und wie die Toten Hosen schon gesagt haben, drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal, da gab es zwei Schnitzel mit Bohnen und eins mit Rinderwaren oder so ähnlich und deswegen sind wir jetzt hier nur noch zu zweit unterwegs. Einer ist leider vom Weg verloren gegangen. Ja der Sebastian hatte glaube ich keine Lust zu früh aufzustehen wie okay. Ne also das war irgendwie so ein bisschen und wir spielen jetzt halt ein bisschen weiter ich hoffe dass wir hier. Was machst du denn da? Warum? Ich hab den falschen Zauber ausgewählt. Ja ich seh schon, die Brücke ist kaputt. Zauber kann ich noch nicht schwimmen. Nein. Du riechst mich doch nicht mit einem ab hier. Wieso? Ich hab dich geheilt. Hallo? Checkpoints. Gesundheit wieder herstellen. Ja, ja. Ich bin schneller. Aha. Du warst auch vorher da. Keine Wunder. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Irgendwann lässt sich auch steigen. Ist da irgendwas drauf? Was steht da drauf? SC? SC? Ich konnte es nicht lesen. Das sieht doch so ein bisschen aus wie so eine Schlange, ne? Irgendwie sowas. Ich bin der rote Zauberer. Kommt her. Ihr hässlichen Mann. Boah. Leben hier. Oh guck mal da ist wer. Na ja. Wesi. Zauberer. Ich geb dir auch gleich ne Rattenplage hier. Guck mal. Bratz. Das sind aber keine Ratten. Ich hab unseren Questgeber hier kaputt gemacht. Na ja. Warte. Warte. Ich kann ihn wieder auf. Ich kann ihn wieder auferstehen lassen. Kein Thema. Kein Thema. W und A und Leertaste. Ne. Das ist los. W und A mit Leertaste. Damit kannst du mich wieder auferstehen lassen, wenn ich gestorben bin. Wieso? Aber ich hab sie doch auch getötet. Nein. Warum? Ich wollte. Nein. Ich wollte das alles nicht. Wie war Hass nochmal? ASF und Leertaste. Du rennst immer vor Mann. Nein. Doch. Du rennst wirklich immer vor. Dreh doch nur hier. ASF. Leertaste. Yay. Okay. Spinnen. Hä? Ah jetzt so. Hier mach mal kaputt. Ne. Danke. Äääh. Warte mal. Meteoritenschauer ist äh 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 äh. F. F. D. Warte mal kurz. Was ist das? Weiß. Hör mal auf. F. F. D. R. F. D. D. F. D. R. F. D. Ja? So geht Meteorik. AUSCH! Hilfe! So ein Spacko. Ähm, was ist denn Luft? Das ist in der Mitte. Wie macht man das? Moment. In der Mitte, das ist... Nennts es sich... Auf Englisch ist es Steam. Also du machst einfach... Ah, Feuer, Wasser, okay. Genau. FDQFDF. Ne, nicht ganz. FDQFDF. Naja, auch nicht falsch. Was sind denn das hier für Spacken hier? Den darfst du auch nicht killen. Das sind auch Freunde eigentlich. Zumindest tun sie uns nicht. Erzählen uns irgendwas. Ah, Hildik. Der Kapitän Wendtab ging. Der Kapitän Wendtab ging. Ich finde das so geil, wie die reden. Das ist so richtig cool gemacht. Okay, der Kapitän. Ahoi! Servus, Björn. Björn. Ah, toll. Der hungrige Waldtroll. Wir wollen uns wollen! Was tun Sie einer? Oh mein Gott! Oh nein! Lass uns hier! Ah! Ja, ne. Wenn du im Weg rumstehst, bist du selber schuld, ne? Ja, geh halt weg, du Held! Geht mir halt aus! Ah! So, jetzt! Nenn das! Nenn das! Nenn das! Ja. Haben wir das erledigt? Der Kapitän ist tot! Der liegt hier vorne! Nein! Mjörn! Wo bist du? Der liegt hier! Das ist das der? Hier, da vor mir! Nein! Das ist der einzige ohne Helm! Nein! Möchtest du seine Akten? Okay! Er ist gestorben! Wie können wir uns das jemals verzeihen? Also ich hab da jetzt kein Problem mit so direkt. Ich weiß ja nicht wie's dir geht. Und so setzen unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise vor. Ihr Leidstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Vlad, der nie im Leben ein Vampir ist. Aber was hat es damit auf sich hier? Womit? Dass die ständig sagen, er sei kein Vampir. Am Ende ist er bestimmt ein Vampir. Ja natürlich, so wie der sich hier aufführt. WTF? Weißt du? Das war der Vogel, der am Anfang gesagt hat. Ja Vlad! Ja no Vampire! Der war doch sowieso schon so ein bisschen glass. Hey, 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 warte mal kurz. Ich kann hier untersuchen. Hm, Goblins. Uiuiui. Vlad! Servus! Wie altig das wird die Attrakte Superlegva waktieren? Omne fürste die Poorebanon Havindir. Biruftaner, Neva Semmen, Neva Semmen, De Bava Fedra. Okay. Ja, das ist kein Thema. Wir werden da versuchen gut zu sein zu den Baumann. Ja, also seine Trin und kill sie nicht direkt wieder. Ich hab noch gar niemanden gekillt. Das ist mit dir los. Nein. Mal kurz. Überhaupt nicht. Fertig? Ja, ja. Warte mal kurz, ich will dich hier hast. Äh, ich muss mir wieder... Du rennst wieder zu weit vor, dann kann ich nicht... Dann seh ich meinen Charakter nicht mehr. Äh. Ja, der kommt sofort wieder. Das sind immer diese... Hast ist wie nochmal? Ey, das ist so übel. Dreh am Mausrad mal so ein bisschen. Dann siehst du die ganzen Zauber. Ja, klar. Natürlich seh ich das. Was? Ah. Es steht bei Halt. Nein, heil ihn doch nicht. Ja, jetzt ist er. Lass uns den heilen, so richtig übel heilen, so. Nein. So, jetzt reicht's. Nein! Ah! Hier ist ein Buch. Regen. Yay. Können wir mit Regen was anfangen? Was ist das? Äh, Wasser und Stein. Nein. Nee. QQF. Was ist denn? Hä? Ach. Wenn du... QQF. Dann kriegst du halt Steam. Ja, ok. Und Steam und Wasser gibt Regen. Toll. Und du hast hier ein Schild gebaut, damit du hier nicht unter Wasser gehst. Damit ich nass werde. Was jetzt schon wieder kaputt ist. Was man jetzt schön machen kann, ist diese ganzen Frierzauber. Dass sie schön zu Eis werden. Mhm. Ja, das ist cool. Wenn man... Also Regen ist in dem Sinne nicht mehr so schlecht. Kann man auf jeden Fall benutzen. So, ich glaube wir sind in den Dorf angelangt. Servus die Herrschaften. Die sehen aber gar nicht so nett aus. Warte mal kurz. Ich... Ich muss mich kurz äh... F... So. Nein. Ich lösche dich mal. So. Hallo. Weißt du was das geilste ist? Das ist ein Mann, der eine Frauenstimme simuliert. So geil. Wollen wir weiter gehen oder möchtest du mit dem Einzelnen reden? Was? Was? Der sagt ja was. Mach! Hör mal auf! Ich wollte mit dem reden. Was? Der will nicht fägen? Was sagt die Alte hier? Ich hab keinen Bademantel an. Die... Okay, weißt du was jetzt? Das reicht's. Sie hat gesagt, ich hätte... Mann! Mann! Du stirb! So. Danke. Bitteschön. Oh guck mal, der Hammer sieht cool aus. Oh, ich mach mein Schwertrad. Der Hammer, ja der Hammer ist geil. Der Hammer ist da mein. Mit der Kräck? Wie süß, mit kleinen Gestreifen. Piraten-Zombies. Äh, Goblins. Zombies. Ja, renn du um dein Leben, während wir hier aufräumen. Komm. So. Wie viele haben wir denn noch von denen hier? So. Brauchst mich nicht löschen, ist gut. Du hast gerade irgendwie so ein bisschen in den Klang gestanden. So. Haben die hier was irgendwie so? Ich dachte der mit dem... Hm? Hier, warte mal, hier ist was. Hier stand so Alois Vispan oder sowas. Das ist, äh, das ist die Fähigkeit von deinem Stock. Ach so. Meteoritenschauer. Das war, haben wir gesagt, Steam ist das. Äh, Absturz auf den Desktop. Nee, das ist, glaub ich, doof. Das soll, das wollen wir nicht, diese Fähigkeit. Das ist, das ist Alt-F4 für Fortgeschrittene. Ja. Amon-Fungus-Kul-Antres-Tek-Vettir-Stül. VE-Va-Kul. Ja. Seid auf der Hut. VE-Va-Kul heißt das auf diese Sprache, die wir hier nicht weiter ausführen wollen. Ich hab vor allen Dingen keine Ahnung, was das ist. Das klingt so wie eine Art Mischung aus Schwedisch und... Ist irgendwas Nordisches, weil Ancient Midgard und so'n Spaß. Oh, ein... Ups, sorry. Aua. Ah! Was ist los? Krieg's nicht kaputt? Ach, er ist ja was für ein Lüge. Abwegen. Ja, wenn er mich nicht... Du musst ihn natürlich nicht heilen, du vollen Mongo. So, jetzt haben wir ihn. So, geht doch.